Willkommen liebe Zuschauer, schön, dass Sie mit dabei sind. Ich begrüße Sie zu dieser Partie bei bestem Fußballwetter. Am Mikrofon sind auch heute wieder einmal Wolfhuss und Frank Buschmann. Und wir beide freuen uns natürlich auf dieses interessante Spiel. Könnte ein Riesenspiel werden. Ich denke, die beiden Teams werden das Spiel auf jeden Fall sehr ernst nehmen. Da ist einiges drin, eine sehr reizvolle Partie. Der Schiedsrichter pfeift diese Partie an. Schöner Angriff, da haben Sie mehrere Optionen. Wichtiges Tackling hier. Gute Aktion. Spielt den Ball. Und gibt's jetzt die Führung. Da haben Sie gut aufgepasst. Es gibt den Elfmeter. Das war ein klares Handspiel. Jetzt können Sie das 1 zu 0 machen. Er macht das Tor. Gute Elfmeter. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Sieht vielversprechend aus. Super Pass. Der Ausgleich. Jetzt wird's hier spannend. Da ist es natürlich klasse für die Zuschauer daheim. Das ist eine richtig interessante Partie. Weg ist die Führung. Jetzt muss er vielleicht mal die ein oder andere Umstellung vornehmen. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1 zu 1. Könnte jetzt was werden. Geht mit ein Wurf weiter. Ausgleich. Die Abwehr steht gut und sicher. Im Moment ist da kein Durchkommen. Das könnte die Führung geben. Fällt das Tor doch noch. Guter Pass. Klasse Timing hier. Gut dazwischen gegangen. Kommt jetzt die Flanke. Da ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball. Ausgleich. Ausgleich. Sie können über außen kommen. Ganz stark. Jetzt können sie kontern. Jetzt ist der Platz da. Der geht nicht rein. Jetzt vielleicht. Blockt ab. Vielleicht die Gelegenheit zur Führung. Bei diesem Eckball. Ecke kommt in die Mitte. Auf der Linie gerettet. Ganz stark gemacht. Und das könnte die Führung werden. Gehalten. Aber der Ball ist weiter gefährlich. Hauski. Die Chance jetzt vielleicht zum Kontern. Ball geht direkt wieder zurück. Jetzt kann er es machen. Da zeigt er, dass er ein echter Rückhalter ist für diese Mannschaft. Entschärft diese gute Chance per Hechtsprung, Buschi. Klasse Aktion. Alles richtig gemacht. Gibt Sinn. Applaus. Ja, das müssen sie eigentlich anders lösen. Niemand kann ihn aufhalten. Gutes Dribbling. Der Ball kommt. Gute Dribbling. Super gemacht. Gute Verteidigung. Gute Verteidigung. Beide Teams waren in der ersten Hälfte erfolgreich. Es steht 1-1. Und damit dürften die zweiten 45 Minuten richtig spannend werden. Er macht heute bislang eine gute Partie, finde ich. Wie siehst du es? Er hat den Ausgleich gemacht. Das dürfte Auftrieb geben. Den wird er auch brauchen, wenn er seine Mannschaft hier zum Sieg führen soll. Wir gehen wieder rein in diese Begegnung. Zu Beginn dieses zweiten Durchgangs alles offen. Es steht unentschieden. Er holt sich den Ball. Da fangen sie den Pass ab. Da haben sie jetzt einige Optionen. Und den Ball hält der Torhüter fest. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Super Pass. Guter Steinpass. Fünf Worte. Was für ein Tor, Buschi. Tja, Wolf. Ein paar Worte mehr. Ein absolut perfekter Konter. Blitzschnell nach vorne. Und dann auch noch den Treffer gemacht. Ein Wort. Klasse. Jetzt steht es hier. Zwei zu eins. Eine enge Kiste. Marien. In Sachen Ballbesitz sind die Gäste hier die bessere Mannschaft. Aber wenn sie aus dieser spielerischen Überlegenheit keine guten Chancen erarbeiten, dann bleibt es bei diesem Rückstand. Im Moment tun sie sich schwer. Der Pass war ein bisschen unpräzise. Einwurf. Die Führung soll jetzt verteidigt werden. Folgerichtig. Jetzt der Wechsel. Die Chance auf den Konter. Aber dann wird doch nichts aus dieser Situation Gefahr bereinigt. Da ist Platz. Sie können den Ball jetzt reinbringen. Die Riesenschorf. Dreierpack. Was für eine Aktion. Und wie gut ist der heute drauf, Wolf. Das ist sensationell. Ein Tor nach dem anderen. Das Spiel wird er so schnell nicht vergessen. Das hat er sich komplett anders vorgestellt. Sie sind nach wie vor in Rückstand und müssen jetzt alles versuchen. Es wird gewechselt. Vielleicht läuft es dann ja besser. 3-1 heißt es also jetzt. Da kann er ihn stoppen. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Jetzt haben sie den Ball. Das könnte der Gelegenheit werden. Ja, geht gut dazwischen. Schossen konnte er jetzt. Ja, kein guter Pass hier. Das wird Einwurf geben. Das war natürlich zu präzise. Marien. Jetzt können sie es machen. Tolle Parade. Ja, das war ganz gefährlich. Was für eine Szene. Sie wechseln also aus. Die Ecke kommt rein. Da konnten sie nichts draus machen. Ja, da ist er zur Stelle. Ball gewinn. Die letzten zwei Minuten sind angebrochen. Schlusspfiff in dieser Partie. Die Gastgeber holen sich hier also den Sieg. Es ist also ein Sieg geworden. Mit zwei Toren Vorsprung schon ziemlich deutlich. Ich glaube, da ist die Freude groß. Das war heute eine überragende Vorstellung vor die. Deine Eis organisiert wird nieg suicigt.